Hi, ich bin Maillen und bin 22 Jahre alt und arbeite bei Entity Data Business Solutions als Werkstudentin im Recruiting. Heute nehme ich euch etwas mit und zeige euch meinen Arbeitsalltag. Wie ihr seht, arbeite ich in Bielefeld, welches auch die Hauptgeschäftsstelle ist. Momentan ist es so, dass ich eher nicht so oft vor Ort bin, denn für uns Werkstudierende gilt auch Homeoffice-Option. Da ich auch in Bielefeld hier wohne, habe ich NDBS schon immer gesehen und wahrgenommen und außerdem arbeiten auch zwei meiner Cousins hier. Während meines Studiums war ich auf der Suche nach einem Pflichtpraktikum und weil meine Cousins auch immer nur Positives von NDBS erzählt haben, dachte ich, nutze ich die Chance und bewerte mich mal. Mein Bewerbungsprozess verlief total einfach und schnell. Nachdem ich mich initiativ beworben habe, habe ich nach kurzer Zeit, ich glaube nach einer Woche schon eine Rückmeldung bekommen für ein Verwerbungsgespräch und nachdem ich das Gespräch geführt habe, kam auch kurz darauf die Zusage. Ich unterstütze unsere Recruiter im Bewerbungsmanagement und darüber hinaus bin ich auch noch in weitere spannende Projekte eingebunden, wie jetzt zum Beispiel Active Sourcing oder Social Media. Zum einen die Arbeitsatmosphäre und auf jeden Fall, was ein sehr wichtiger Punkt für mich ist, die Kollegen. Also ich habe ein richtig tolles Team und das macht für mich NDBS aus.